Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Kann man Demenz durch die Lebensführung verhindern? Kann man das wirklich? Und wenn ja, wie geht das? Dazu gibt es Studien, die sehr konkret den Zusammenhang zwischen Lifestyle und Demenzrisiko untersucht haben, sowie auch zwischen Lebensführung und Schlaganfallrisiko. Und über all das sprechen wir jetzt. Bei mir ist Prof. Dr. Günther Seidel. Er ist Chefarzt der Neurologie an der Asklepios Klinik Nordheilberg. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Prof. Seidel. Ja, besten Dank für die Einladung. Kann man denn nun tatsächlich Demenz durch den Lebensstil beeinflussen? Ja, das funktioniert wirklich. Da gibt es sehr gute Studien dazu, die viele Risikofaktoren aufzählen. Und wenn man die natürlich beeinflusst, dann kann man das Risiko senken. Aber die erste Frage ist natürlich, was ist eigentlich eine Demenz? Das ist ganz entscheidend, weil viele Menschen denken, wenn eine leichte Gedächtnisstörung da ist, das ist schon gleich eine Demenz. Das ist nicht der Fall. Die Demenz ist eine schwere Erkrankung, die sich chronisch entwickelt über viele Monate, man sagt mindestens sechs Monate. Und da ist das Gedächtnis dabei. Da sind aber auch höhere geistige Funktionen wie die Sprache dabei, wie die Planung. Auch emotionale Dinge wie Depression, wie Aggressivität kann auftreten. Und ganz wichtig ist, dass es eben eine Alltagsrelevanz hat. Das heißt also, dass der Alltag nicht mehr richtig funktioniert durch diese Hirnleistungsstörung. Das ist dann eine Demenz und dem muss man dann weiter auf den Grund gehen. Die Vorstufe von so einer Demenz ist eben auch, kann eine isolierte Gedächtnisstörung sein, die aber wirklich dann auch messbar ist. Also nicht nur das subjektiv empfunden, sondern wirklich eine messbare Störung. Und das nennt man dann MCI. Das ist ein Akronym, also eine Abkürzung für Minimal Cognitive Impairment. Das heißt also eine leichte Hirnleistungsstörung, die die Vorstufe von einer echten Demenz dann sein kann, aber nicht muss. Wichtig ist, dass bestimmte Krankheiten auch demenzielle Syndrome imitieren können. Das ist zum Beispiel die Depression. Die Depression kann so ablaufen, dass man meint, es sei eine Demenz, aber es ist gar keine Demenz. Und das ist sehr entscheidend, weil die Behandlung natürlich ganz anders ist. Oder es gibt auch Stoffwechselerkrankungen wie Schilddrüsenunterfunktion, die die Psyche so verändern, dass es aussieht wie eine Demenz oder auch Vitaminmangelzustände, wie ein Vitamin-12-Mangel beispielsweise. Der kann das auch mal machen und es ist natürlich keine echte Demenz, sondern eben eine Stoffwechselstörung, die zu einer Hirnleistungsstörung führt. Also es ist ganz wichtig, initial zu klären, ist es wirklich eine Demenz oder ist es eben eine andere Erkrankung. Ja, genau, weil man ja dann unter Umständen diese Erkrankung viel schneller in den Griff bekommen könnte. So ist es. Also es gibt ja nun Studien, die haben untersucht den Lebensstil und haben das in Verbindung gesetzt mit dem Gesundheitsverlauf der Menschen. Ich glaube, so kann man das sagen. Genau, also was gibt es für Risikofaktoren? Das wäre ja so die Hauptfrage. Und da gibt es große Untersuchungen, die das weltweit untersucht haben und man sagt, dass ungefähr 40 Prozent des Demenzrisikos durch bestimmte Faktoren bedingt sind, die modifizierbar sind. Und das fängt an mit der Bildung letztlich. Ein hohes Bildungsniveau führt dazu, dass die Reservekapazität des Gehirns so erweitert wird, dass wenn dann im Alter eine Hirnleistungsstörung auftritt, das wird dann besser kompensiert einfach. Also Bildung ist ein wichtiger Punkt und das durchzieht das ganze Leben. Das heißt also, das Hirn muss aktiviert werden. Das ist ein wichtiger Faktor. Und dann gibt es Faktoren, die die Lebensweise betreffen, wie zum Beispiel das Körpergewicht. Also Übergewicht ist ein Risikofaktor, wobei Untergewicht auch ein Risikofaktor ist. Also Untergewicht ist auch schlecht, Übergewicht ist auch schlecht, das optimale Gewicht ist wichtig. Dann ist der Bluthochdruck natürlich ein ganz wichtiger Risikofaktor für die Demenz und letztlich auch das Zigarettenrauchen. Daneben gibt es auch so Faktoren, die ganz anderer Art sind, wie zum Beispiel Schädel-Hirn-Trauma. Das heißt also Schläge gegen den Kopf. Es gibt also eine sogenannte Boxer-Demenz quasi, dass also immer wieder Schläge gegen den Kopf zu einer Demenz führen können. Und das hat auch einen Zusammenhang mit der Alzheimer-Demenz letztlich. Und dann erstaunlicherweise auch, dass ein Hörverlust oder eine Hörstörung können auch zu einer Demenz führen letztlich, weil die Information von außen eben nicht mehr so zum Gehirn kommen kann und entsprechend eben auch diese Kompensationsfähigkeit, das Training des Gehirns reduziert wird. Zuckerkrankheit ist ein weiterer Risikofaktor. Andere Faktoren wie Umweltverschmutzung beispielsweise auch. Also Luftverschmutzung ist ein Risikofaktor für Demenz, weil es wissen nicht viele Menschen. Körperliche Inaktivität ist ein Risikofaktor. Bewegung ist wichtig. Soziale Isolation ist ein Risikofaktor und die Depression an sich. Und die Depression, das sagte ich eben schon, kann eine Demenz imitieren, aber ist auch gleichzeitig ein Risikofaktor für die Demenz. Andere Faktoren für die Alzheimer-Demenz vor allem sind Stress, selbstempfundener Stress ist ein Risikofaktor. Schlaganfälle ist ein Risikofaktor. Auch für die Demenz. Und Sie haben eben an den Risikofaktoren, die ich für die Demenz aufgezählt habe, das waren ja auch teilweise Risikofaktoren für den Schlaganfall. So sind diese Krankheiten miteinander verbunden. Und wenn man die Risikofaktoren der Demenz behandelt oder reduziert, dann behandelt man auch oder reduziert man auch das Risiko für einen Schlaganfall. Und das letzte Faktor ist der Schlaf, auch noch ein wichtiger Faktor. Ausreichender Schlaf, das heißt mehr als sieben Stunden pro Tag, gilt als vorbeugender Faktor für die Entwicklung einer Demenz, weil im Schlaf quasi das Gehirn durchspült wird und giftige Abfallstoffe sozusagen des Stoffwechsels dann aus dem Gehirn rausgespült werden. Und dadurch ist es protektiv vorbeugend gegen Demenz. Also es gibt viele Faktoren, die letztlich die Demenz vorbeugen kann. Und da kann man einiges tun im Leben, um eben keine Demenz zu entwickeln. Ja, genau. Lassen Sie uns darüber sprechen, über diesen Score, den auch die Wissenschaftler daraus entwickelt haben, den wir auch in unserem Video im Text verlinkt haben, unten drunter. Ist der Score so eine Art Test oder wie soll man das verstehen? Also dieser Score, das sind also verschiedene Faktoren, die ich eben genannt habe. Die sind da nochmal aufgeführt und zwar mit ganz konkreten Werten. Also zum Beispiel der Bluthochdruck, das ist ja der stärkste Risikofaktor für den Schlaganfall und ein Risikofaktor für die Demenz. Und da gibt es Blutdruckkorridore, die eben günstig sind und die ungünstig sind. Und zum Beispiel optimal ist für ansonsten gesunden Menschen ein Blutdruck unter 120. Und diesem Score sind sozusagen diese Korridore aufgeführt und mit Punktwerten versehen. Da ist also der Blutdruck drin beispielsweise, da ist das Körpergewicht drin. Es gibt das optimale Körpergewicht, also BMI 18,5 bis 25 beispielsweise. Da steht dann drin, dass man nicht rauchen soll. Da steht dann drin, dass man ausreichend schlafen soll beispielsweise, ausreichende Sozialkontakte haben kann und alles das wird bepunktet. Und dann kann man sozusagen für sich selbst schauen, welche Risikofaktoren da sind und kann dann auch in dieser Publikation, in dieser Veröffentlichung genau ablesen, wie viel es bringt, wenn man eben diese Risikofaktoren behandelt. Und fünf von diesen Punktwerten sind entscheidend. Das führt zu einer signifikanten Veränderung. Und man geht davon aus, dass wenn man fünf Punktwerte erhöht, dass dann das Risiko bei Menschen unter 50 Jahren für eine Demenz um 60 Prozent reduziert wird, im Verlauf von knapp zehn Jahren und für den Schlaganfall um knapp 50 Prozent. Und das sind unglaubliche Werte. Das heißt also, man kann durch diese Behandlung der Risikofaktoren sehr stark das Demenzrisiko und auch das Schlaganfallrisiko reduzieren. Ich glaube, das ist noch höher sogar, das Schlaganfallrisiko? Ja, das Schlaganfall, also die Verbesserung bei jüngeren Menschen, also unter 50, wenn diese Faktoren optimiert werden, liegt bei 60 Prozent in zehn Jahren. Das heißt, sechs Prozent pro Jahr wird reduziert und für den Schlaganfall bei 50 Prozent. Aber das ist gigant. Das sind also extrem gute Zahlen für Dinge, die ohne gröbere Medikamente durchführbar sind. Also teilweise ohne Nebenwirkungen einfach. Es geht nur in Anführungsstrichen um Lebensführung, die dann zu einer Optimierung führt. Denn das Problem ist ja, dass die Behandlung der Demenzen äußerst schwierig ist. Ja, ich lasse noch kurz eine Frage zum Score. Aber ich glaube, die gute, also die schwierige Geschichte ist, man muss es lange machen, glaube ich. Aber es lohnt sich auch, über 60 noch anzufangen oder über 70. Ja, natürlich. Um vielleicht eine Demenz noch ein bisschen hinauszuschieben. Genau. Also das ist ja der Punkt. Das ist die Demenzen und die häufigste Demenz ist ja die Demenz vom Alzheimer-Typ. Das sind so zwei Drittel der Demenzfälle weltweit sind Alzheimer-Demenz. Und das ist eben eine neurodegenerative Erkrankung, wo es zur Ablagung von giftigen Eiweißstoffen im Gehirn kommt, was dann zum Absterben von Hirnzellen führt. Das ist die Ursache der Alzheimer-Demenz. Und das kann man auch behandeln letztlich mit bestimmten Medikamenten. Ja, genau. Damit kommen wir zu den Medikamenten, von denen man sich ja viel erhofft. Ja. Wie steht es denn um die Forschung oder um die... Also es gibt ja zu behandeln, also man muss einschränkend sagen, es gibt noch kein Medikament, was die Alzheimer-Demenz, die häufigste Demenz letztlich wieder zum Abklingen bringt. Man kann nur den Verlauf modulieren, also verlangsamen. Und da gibt es Medikamente, die einmal die Funktionsfähigkeit des Gehirns verbessern, indem eben Übertragungsstoffe im Gehirn verstärkt werden durch bestimmte Hemmungen der Abbau dieser Neurotransmitter oder bestimmte ungünstigere Neurotransmitter etwas reduziert werden. Das ist sozusagen eine rein symptomatische Behandlung. Und es wird jetzt wahrscheinlich auch in Europa zugelassen werden, neue Medikamente, die die Eiweiß, diese krankmachenden Eiweißkörper im Gehirn, letztlich die Ablagerung. Das ist das Amyloid Beta, so heißt dieses Protein, das ist ein Eiweißstoff. Das kann durch bestimmte Antikörper eben aus dem Gehirn wieder rausgenommen werden. Und diese Medikamente sind im Moment in der Entwicklung. In Amerika sind zwei zugelassen. In Europa wird wahrscheinlich in diesem Jahr eins zugelassen. Und das ist natürlich eine ganz spannende Medikation, weil es eben letztlich die Ursache der Alzheimer-Demenz angeht. Wichtig dabei ist natürlich, dass man das in einem frühen Stadium macht. Und das wird auch die Schwierigkeit sein, quasi dann Menschen zu finden, zu diagnostizieren, die in einem frühen Stadium sind, wo der Abbau der Hirnzellen noch nicht so weit fortgeschritten ist und die Wegnahme dieser giftigen Proteine eben noch sinnvoll ist. Weil wenn alle Hirnzellen oder ein Großteil der Hirnzellen abgestorben sind, dann bringt es nichts mehr oder nicht mehr viel, sozusagen diese Entwicklung weiter zu verändern. Denn diese Antikörper, die auf den Markt kommen werden, die haben eben auch Nebenwirkungen. Das ist das Problem. Die haben relativ viele Nebenwirkungen. Und man muss dann sehr genau auswählen, für welchen Menschen das Medikament wirklich sinnvoll ist. Denn wir wollen ja durch Medikamente nicht keinen Schaden anrichten, sondern nur Positives erreichen. Und das wird dann die Aufgabe der Zukunft sein, da wirklich gute Programme zu entwickeln, um Alzheimer-Demenzen im frühen Stadium zu erkennen und dann eben auch mit diesen neuen Medikamenten zu behandeln. Ja, aber welche Nebenwirkungen sind denn das, die man da auswählen muss? Also Nebenwirkungen können einerseits sein Hirnschwellungen, also das sind entzündliche Reaktionen, Hirnschwellungen und auch Hirnblutungen. Und das sind häufig nur sehr kleine Blutungen, die keine besondere Relevanz haben. Aber wenn Menschen beispielsweise blutverdünnende Medikamente einnehmen, dann kann so eine kleine Blutung zu einer großen Blutung werden, die dann auch letztlich einen Schlaganfall auslöst. Das ist das Risiko. Und da muss man die Menschen sehr genau untersuchen im Verlauf der Behandlung, um früh zu erkennen, ob ein Risiko besteht. Und dann muss man unter Umständen die Behandlung dann beenden. Ja, das heißt mit anderen Worten, große Hoffnung auf diese Medikamente, aber noch mit Vorsicht zu genießen. So ist es. Wir müssen auch Erfahrungen sammeln. Das ist, wie gesagt, ein ganz neues Prinzip. Und in der Auswahl der Patienten muss man aufpassen, in der Applikation muss man aufpassen. Auch die Gabe des Medikaments, das sind Infusionen, die müssen in regelmäßigen Abständen durchgeführt werden. Das ist aufwendig. Und diese ganze Logistik muss sich dann natürlich noch einspielen. Denn das ist alles noch nicht im Moment in Europa auf jeden Fall auf dem Markt. Okay. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Und wir sehen uns wieder auf LinkedIn, YouTube, Instagram und Facebook. Werden Sie gesund!